ja und willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play final fans die sieben wir sind immer noch in der kostenregion wir sind nicht fertig hier war es ganz schön lange diese region ja und ja wir haben in der letzten folge bugenhagen ist fest abgeschlossen diese ganzen lebensquellen hier zu untersuchen und haben wir arbeiten nicht barmutter lehre ich genau wir haben da war eigentlich nicht gut jetzt auch von 402 kämpfe wir sind kurz auf unsere gruppen stufe zu erhöhen auf 440 wo wir dann wieder neues level für unsere ganzen waffen und so alles bekommen möchte ganz schnell ganz zeit schon am hinsparen bin da habe ich gesehen hier ist noch ein kampf und irgendwann das ist auch noch ein kampf und wenn man die jemals beide schaffen mit 100 prozent dann können wir jemals zehn punkte was bedeutet wir können natürlich locker erreichen schockern gegner schockern für dich ich nähe mich an so ja hallo mehr nein nein das ist geil und soll ja was das ist ein schock ging es auch weg was zum hey okay da muss ich mal analysieren wenn sich sowas und gemacht ändert sich die elemente gegen die ja seine schwäche als greifst du mit dem richtigen moment dann wird der schock aber ich kann sich nicht mehr alles klar okay post wenn ich da schon schwach sein gegen eisne da da noch schnell erledigen genug sagen irgendeine wetter wird schwach gegen eis sein wie das heißt aber wenn die zielanteilen wird das nicht so was das ist ja ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe mein meisterleister ja wir haben wir sind knifflig aber okay das war ich noch fünf punkte selbst wenn ich die nächste jetzt nicht alles schaffe trotzdem fünf punkte zu töten heute weiß mit euch ich habe euch doch lieber lieb aus der beiden sein bruder und schwester wobei ich mir immer noch nicht so sehen was soll dieser running gag nicht da ist noch voll viel grau dass mich dabei hingehen aber ja alles ist hier so einige dieser teleporten wir sind so richtig nervig ich wusste da war irgendwo hier oben wieder eine vergehen ist da unten als kultur tschuldigung heißt es ist cool als knorkel nido okay sah man das geräuschchen ja auch aufgedeckten da ist der letzte kampf hier ist der boss naja aber wusste er hier die agg 3 dann gehen wir mal dahinten da sieht irgendwie aus das wetter irgendwo oben wahrscheinlich irgendwohin fliegen ein schock wo er jetzt auch immer ums fliegende stehen darauf zu fliegen in dem gebiet laut antona unserer gruppenstufe mal erhöhen dann versuchen wir mal gegen den java box zu kämpfen weil nicht um mich halt einfach vorzubereiten mache ich erst mal das hier komme ich wieder zum ding da muss ich irgendwo hoch fliegen lassen ding zum teleportieren leute geht aber ich will da oben gucken aber ich sehe die ganze zeit noch zu gewusst mal gucken ich will da oben hin so mehr aber da habe ich dann dahin mich von ganz hoch irgendwie da hinkommen und hier schaffe ich das nicht mich so hoch wie möglich glaube ich nähe so ist das da vorne wie soll ich denn da hinkommen da ganz geradeaus ist dann mich denn da hinkommen ich glaube von da mein gott ja ich glaube hier hat man sich hin aus dem weg leute wie geht's nach so anfällig blitz ausgleich das gegner richtig es war immer auf den schwanz sehen verstanden ich bin bereit weg aber warum sind alle am sterben wie hat dinge gerade um 215 auf 215 stufe 8 das stimmt stimme kommen auch bekannt war glaube ich dauernd so dann gehen wir mal hier aber wir müssen ja sowieso einmal hier nicht sowieso alle meine leute hier im eimerchen sind aber ich muss sowieso hier wegen wegen hier so ein ding sein wenn ich jetzt noch wüsste wo ihr ding zum hochleveln ist da so langsam empfinde ich mich jetzt zurecht wo ich hin muss so lang da ich glaube hier wir haben jetzt stufe 8 erreicht mit unseren du bist nicht der richtige shop jetzt haben wir die stufe 8 erreicht jetzt haben wir ein paar neue sachen extra gespart hier stufe 8 freigeschaltet hat aber in die alles entscheidende sind koaktionen aufhören limit weiß bei feuchtem blocken und das hier letzter schliff vor wie tut man die ihren einsätzen mit der stufe 3 muss ich dann noch mehr sind kauf fähigkeiten einsetzen tp cloud attackiert und welt schließt sich an schaden von limits 5 mp maximum meine konzentrationsfähigkeit langsam sind wir am ende ich glaube ja ne sturmsturz aber seine fertig kommt einfach so ich nehme mal wir machen das hier ne da wird einfach eine neue fähigkeit also langsam freunde ich mich so mit den fähigkeiten an naja aber irgendwie ist hier nichts anderes mehr dann gehe ich lieber erstmal hier hin oder nicht hier hin vision sind dort haben wir schon dann blocken brauche ich nicht wirklich aber weil das hier in der rückkehr von kampf und fähigkeit sagen ganz lehre auch für sie uns zutage er muss da ja entfesslung dauert aber schon vor lange meteor schlag das ist ein tritt das ist ein tritt was ich mal hier sagen soll das ist ein tritt die habe jamba triale vom eiskalt neue fähigkeiten ja niemand hat nämlich an ich muss mich ja ganz herum arbeiten dann aber nehmen wir das ist ein bisschen lahm aber was soll es hatte b verbrauch entstehen dann kommt sie hier ein tod gehörter wird er gehört habe jetzt dass ihre erste limit fähigkeit aus aus dem original sie doch viel epischer aus kann nur werden vision synthese verwendet werden wird wird immer gern wo die moralität weiter was machen die beider schon wieder vision synthese kritischer schaden und fünf prozent auch geil was dann erste limit im original wenn glücksspiel wird in der teilen schaden des mogis und fünf prozent den schaden von limits und fünf prozent kritischer schaden was war ich hier nämlich an weil fertigkeit werden können heiliger fokus sei es limit fähigkeiten glaube ich was wird die limit leisten aller gefährden außer der eigenen vollständig auf da klingt vertraut da müssen wir das hier machen so auf 35 punkte finde ich auch gut das ist die gleiche gruppen stufe er hat angefangen man kostet dann nur 15 watt weder gegnische angriff mit einem möchtigen konnte ihre schaltung werden und 2 atb einten verbraucht auf zwei beinen einfach töten von gegner tp maximum was hier tierischer red ja geil immer das war dann kann ich ja immer noch warten aber ich hätte gedacht wir würden mehr sachen lernen ja aber blut bazooka satelliten strahl ich habe das sein letzter limit im original auch geil dass wir hier mikros ultimate aus von kassel so ein satelliten leder ja benutzt so herr warte mal war haben wir haben wir noch drei alle und haben einige waffen jetzt mehr materia bekommen ich habe irgendwie arbeit mit der waffen stufe oder so zu tun also weil ich so viel stärker worden ich habe gedacht so war wenn man jetzt hier irgendwie vielleicht liegt daran vielleicht tut das hier irgendwie die dinge erhöhen ich weiß nicht so genau mit einmal gruppen stufe an gibt es einmal waffen level jetzt muss ich wieder zurück ich muss per teleportation in da war ich da war ich den weg das heißt ein ob probiert mich voll möge der planet uns allezeit schützen so höhen hotel von daraus weiß ich den weg nämlich den blöden hotel dann habe ich das nie gefunden nämlich hier hier kann man den tag wir müssen noch mal wieder zurückgehen ich glaube wir sind stark genug um einige kämpfe dazu erledigen ich denke da immer irgendwie am ende erst so nach daran und dann fällt mir mein so haben wir vergessen und ja ach komm ich habe das schon entdeckt das ist direkt dahin packen dann gehen wir mal auf den jabberwock los und man den auch platten er wird ja wohl auch noch zu schaffen sein oder dann kommen wir mal sachen herstellen wenn man schon mal hier sind na gut dann komm du war ja noch mal ein anderes team irgendwie irgendwie ist dieses team zu schwacher nehmen wir mal irgendwie bock auf barrett aber dann haben wir kein heiler immer mal zwei fernkämpfer ein einen nahtkämpfer so dann kommen wir ja du stück es kommt diabolos von monster hunter und arbeiten neuer teil würde ich auch mal ganz hocken wenn man sagt er macht mich bock war war okay merksamen feuer allerdings ist neu aber wenn ich da kann mich zu stein verwandeln vielleicht auch ein feuer angriff das nicht machen so ja 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 nein aber die sagen ich habe mich zu war von den versteinern ich weiß ich dachte ja 2 man könnte sich ja ich fand die schirm war ja trotzdem was dann mit dem angeben habe ich echt irgendwie am monster ansatz wie ich nicht angreifen ich habe ja wenn ich hier mit abkomme ich eben den hier die ganze zeit oder du machst cloud manchmal obwohl donnerwetter warte mal ich habe eine neue fähigkeit mit oder auch nicht aber markt zu stürz naja das hat man abzupeilen lassen nein weil man nicht bei man nicht behandeln antidote medica medica effekt da hat dann machen wir mal halbogen ja nicht übertreiben hast du noch frei ja ich denke hier der wert geschützt ich klaut hintergestellte sagt sich ja naja 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 irgendjemand die fritz gehört hast du ihr fritz ja ja so dann mach mal donnerwetter mal zwei jahren nicht so getroffen ich glaube das ist eine titan stimmt was hier stein gegen stein da bringt es vorher hätte nativ wird nach tiefer ein schaden da gibt es schon gemacht hat erwachen leidlich felsenwurf wenn wir die fähigkeit könnte wie steller untergehen bei den ja also hat die tat macht ihm fertig jetzt bestimmt vor kommen wir erreichen oder 3000 schaden sie sie ausgezeichnet die gewonnenen daten werden uns von großen nutzen sein die datenanalyse dieses langlebigen drachen wird uns einblicke in die geschichte kosmocanions geben aber ich war ich habe stets ein auge auf klaus vital funktionen daher sehe ich auf den ersten glick ob bei ihm eine verletzung vorliegt was dann angeht bin ich besser im bilder als du selbst klar sei also unbesorgt das ist sehr wertvolles material ich weiß wie du dich fühlst das lässt sich womöglich irgendwann für eine synthese verwenden die wacht dass es dir nicht abhanden kommt wenn man okay das glaube ich jetzt nur die proto substanz proto substanz gut haben wir das hier erledigt jetzt war nur die quest hier warum ist hier immer noch grau das gibt es doch nicht muss man auch die question das ist dann so ein wachttypen ne vier sachen firma ja für mich nur proto substanz am ende die kommen wir ja im nächsten part machen ja genau die geister hat uns alles erzählt ist im forschungstrupp auch nichts passiert nein zum glück nicht er befand sich in der nähe des lifts und konnte rechtzeitig entkommen allerdings mussten die wagen zurückgelassen werden nicht die wagen das teil muss beschützt werden ja das kapitel leiste hüter des tals sind bei 95 prozent anscheinend also ist natürlich nur noch zitrufen dann geht schon ins nächste kapitel werden da schon wieder umgeworfen ich habe schon wieder folge also hier tut man unten oberfläche ist jetzt irgendwie so komisch an ok ich drücke 1 ich hatte keinen empfang mit meiner pfeife lad okay ich hatte mich sagt jetzt aber ein monster ich hatte die greifen besitz von dem wagen nein nicht die punk queen wir suchen uns die stärksten wesen um die kontrolle zu ergreifen jetzt habt ihr keine chance mehr auch schnell wieder leer der feinde ist geschwächt hallo ja 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 es ist schon so erreichen war kämpfer als da kann ich machen dann übernimmt wurde schon angedeutet da wird ja eine kurze das ist ja heute schon ein paar kämpfe machen natürlich auch machen wieder neue kam zu machen oder wir können so kurz an der kanal zu kurz oder ich weiß ja nicht ob ich irgendwie er zu zeug genutzen kann und die story an automatisch fortsetzt oder irgendwie wählen kann ich zu alten gebieten zurückgehen kann aber ja wo ist man schon wo der ist weg dann denn 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 ich glaube jetzt jeden song remix in dem kampf thema gott die mona schon so nervig er hat das hat wenn ich würde er macht sein der macht seine baps sobald wird seine baps einsetzen das ist richtig gut klassen einladung so eine feindeskönnen fähigkeit von wort kommt nein ich aus den dinge ein spaß rausschmeißen der feindes ausgezeichnet ich habe genug da hat er schon fast dort war nehmen das stein darum sind wir ja schon wieder fast tot nichts überstürzt ich fühle mich hier ganz schön ausgenutzt naja das sieht aber gar nicht gut aus warum hätten wir so viel aus das war ein bisschen gar zeilung ja ich zähle auf dich hat seinen ratzahlen 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 wir gehen auch bis zum kampf hinaus naja gott 45 mp also was das war dagegen machen nein nicht anführer wir machen so jetzt haben wir wieder ein p2 mal ich kann auch eigentlich hier wieder herstellen materie einfach überall hin und her wechseln jetzt wahrscheinlich auch bringen wir hatten dich entspannt um uns die schwarze materie zurückzuholen doch du hast uns hintergangen was davon weiß ich aber nicht spiele nicht den unschuldigen zentrum weil damit sagen dass wir alle leute von red 13 rasse für euch gleich aussehen die rassisten was bist du war ja oft ich habe auch noch nicht gesehen koloss panzer ok natürlich habe ich jetzt nicht dings juffi mit elektro so da machen wir ja ich hatte mal richtig schwach gegen elektro aber gleich nehmach plasmat ladung nein ich wollte blocken das manchmal wenn ich hier wenn ich mit dem angebende und dann noch einmal lange drücke aus in den tagen das ist so brutal aus wenn ich diesen angefallen setzt wenn ich das manchmal die bäckerei von den typen nein nein denn seine dinge die wir unter glaube ich bin gott ich hätte auch gerne ein bisschen heilung gerade er ist danke hallo heilung also eigentlich nur das plitts aber sagt doch cloud aber da war ganz schön viel es geht ja wieder und ich muss bestimmten angifte einsetzen aber ich habe keine atp egal aber den ja da so den hier aber konnte von der tage ist doch gar nicht so stark angefangen tag ist voll schwach meine fresse naja leute ganz ruhig hier ganz ruhig das speichern atp auf hier hat er wieder sein ding für einsetzt so hat er ist also was hier ich bin bereit bin die warum musik war es geheilt nehme ich an das noch nicht man hat ja abläuft ich sehe diesen schild oder clouds dinge näher das war nicht meine leben ist gleich fertig da ich wusste der barriere ein kammer es gibt viele dinge die ich nicht weiß aber ich will lernen erzählt mir von euch und erzählt mir von meinem vater von deinem vater sollten wir uns geirrt haben nun denn sohn des setto was willst du wissen alles vergeben äh ok hier war es ja toll das war das erste mal dass ich ihn sah er war von stattlicher gestalt und besaß eine prächtige mähne so merke ich euch nur links gehört haben deswegen schenken wir ihm unser vertrauen immer der wunsch der g wir reden gerade mit red deswegen sehen wir mehr das cloud werden wir einfach gesagt nichts endlich erlösung schickt doch kaum teilten wir sektor unser verlangen mit zeigte er uns eine wahre gestalt setos verrat ließ tiefe trauer zurück und näherte unsere wut aber setos betrug in unserer wut durchbohrten wir setos körper mit unseeligen pfeilen doch er zeigte sich unbeeindruckt nicht verlangen beschlossen sagte er dass er sich all unsere geschichten anhöre und all unsere pfeile entgegen nähme aber das tal würde er mit seiner ganzen kraft verteidigen sein wille war unerschütterlich selbst als das gift der pfeile seinen körper durchströmte und dieser anfing hart wie stein zu werden kämpfte er bis zum letzten atemzug und schließlich erschöpft vor verzweiflung sahen wir uns erneut gefangen auf dem dunklen grund der höchst unfähig von dieser welt erlös zu werden und ohne jedwegen trost hört mal ich weiß dass es euch schwer fallen muss mir zu vertrauen aber ich möchte zu ende bringen was mein vater begonnen hat ich möchte euch helfen endlich ruhe zu finden irgendeinen weg muss es geben alles worum ich euch bitte ist solange in der höhle zu warten und wir können deinen worten wirklich trauen könnte allerdings sein dass es etwas länger dauert könnte allerdings sein dass es etwas länger dauert könnte allerdings sein dass es etwas länger dauert oh endlich nach all dieser zeit du hast uns ein versprechen gegeben brich es nicht sohn Bissetto bist du sicher die werden dich aufnehmen mein vater hat alles verstanden den schmerz der gie aber auch das unheil das uns drohen würde würden sie die schwarze materia zurückbekommen deshalb hat er sich selbst geopfert den zorn der gie komplett auf sich gelenkt und wurde zu stein verwandelt wir müssen die schwarze materia finden aber die gie dürfen sie niemals in die finger bekommen ich werde einen anderen weg finden sie von ihrem leid zu erlösen so wie ich es versprochen habe irgendwo auf dem planeten wird es eine antwort geben und ich werde nicht aufgeben bis ich sie gefunden habe Das ist das ist gesprich unsere sehnsüchte verleihe uns die kraft zum handeln halt da an deinen festen anarchy und vergiss sie niemals was immer auch komme auf diese weise wirst du deine ziele verwirklichen können okay denn denn wir sind so am hochladen hier so es batal ist man sagt man denn da und da verstehen jetzt war irgendwie lange hätten wie lange länger an was ich hab das gut wer jetzt mal teilmann stärker rufen es war das fabelwesen lobpreis die im planeten schützen soll es werden die es bald so zu farbelwesen reduziert alles klar wird noch lange dauern ok red mochen oder zehn punkte schon wieder 20 so wenn man sowieso zurück zu und schon sagen gaga zum kosmo canyon kann man ja mal gucken ob wir ihn noch was holen können und dann gehen wir zu chat lehrer machen ein paar kämpfe wer war gerade war krass ist das der kosmo käme ja voll irgendwie so ein surfer dude so ist auch voller kosmo und erkennen auf einmal so 20 dinge irgendjemand hat er noch 20 gesehen mp maximum berlin die verbellt bin ich gerade red wollte doch da ist egal kater kann irgendwie stehe ich jetzt mehr so auf die die fähigkeiten blut bazooka aber ich glaube ich lieber ich glaube ich will mich erst mal dahin darauf hinzuarbeiten so gar nicht ob man die ganzen sachen die alle lernen könnte im einspiel durchlauf wir kriegen ja ganz schön viel von diesen hälften aber im ersten teil weiter aus und er muss erst mal auf schwer spielen alles ne lädt nach belebungen die der richter leiste wieder auf konnte jetzt so weit entfernt tp maximum nochmal gehen wir auf bayonetten zirkus ja bitte auch wenn benutzt die beine mal relativ schön auf zusammen doppelt besser als in ko aktion nämlich stehe ich da auf diesen koalition mittlerweile zwingend immer die so chat leider machen wir noch ein paar kämpfe wo bist du das war wirklich da karte cloud du bist doch wohl nicht unseren kampf aus den daten ich bin auch gerade kollege nicht ausprobiert immer verlangen 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 ok dann machen wir datieren exklusives potpourri dann können wir erschlag materialismus magie boost als sachen wo schon abend dann nehmen wir keine ahnung also kids if your feet good was an affectionate with my cloud here the power the game they're going to the chameleons ok deren schock anzeige ist relativ schnell leer sehr komisch wo seid ihr alle kommt ja ich glaube ich alle geht es dir voll ja nein er ist unsichtbar also da irgendwie habe ich jetzt getroffen aber meinen seine limit anzeige so schnell sehr ja bist du denn haben wir gegen dich schon mal gekämpft glaub ja nämlich analysiert muss sich an wir sind eigentlich immer nur gegner die war schon bekämpft haben so eis waren da tue ich ja voll verwirren weil er weil er blau ist dann denke ich mal ein eis was war weil ich mit diesem blatt auf den kopf zu tun der klone haben wir so blätter auf kopf die sauen ninja habe schon irgendwie so eine bedeutung auch die feuerwerks körpergeräusche ja ich kann es euch meinen du hättest wir uns ja sowieso am ende das kampf aber war gerade dafür waren bist du da ganz hinten stolz mal da ja 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 according sind gefertigt blut party herrkommt aber wenn eben schaden blut zahl wir sind hier ganz exkludieren ich habe einen starken angewandt gesetzt aber als katze hat gereicht so wie viel wird der holz hier hochgehalten werden ja okay was weiß nicht da kommt ja mal gewohnt würde ich gerade hatten naja dann mach mal heiler hüter das war es für die exklusion aber jetzt dann die sogar ja box jetzt sehen wir ja mal das ist immer der kampf vorbei ich möchte dich rein wo bist du da ist so stark bonk ins gesicht ich habe ich gerade 8000 schaden mit dem angriff okay das lief ja noch vielleicht so ein zwei kämpfe sollte ich mir noch aufbewahren weil sie proto substanz mit materie quest nicht so lange dauert dann immer bei red dem mal tiefer nehmen war er ist immer old school team diesmal aber manche das hat er schon weg ich hatte ich habe ja noch diesen bus drin also dann schlafe ich mir aua zu wenig atb bus sein oh mein gott wie viel hat geschockt hat gerade aber sie umgefallen ist wie so ein betrunkener so ich habe genug feierabend kaktoren warte mal nein naja hey ich habe mich analyse da genau die gegner die mir noch fehlt so ich wollte schon sagen gibt mich jetzt nicht ganz raus mein gott cloud barrett er ist natürlich kommen jetzt geht jetzt kommt endlich die einzigen gegner die ich noch nicht analysiert ich wollte schon sagen immer müssen wir mal kommen wieder nichts überstürzt jetzt habe ich er hat schon sofort auf den geschossen direkt auf den schießen wir auch noch mein kindchen erschießen das ist zu händ ich weiß man müssen wir analysieren sind die einzigen monster die man nicht analysiert haben glaube ich ich bin bereit ich bin bereit ich zähle auf dich ich weiß nicht ich weiß nicht aber nicht voll aufgeladen ja 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 gerade leiden wir gesagt ich habe immer noch genug sagt aktoren die einzigen gegner die man nicht analysiert habe ich glaube da sind noch einige schönere soldaten die war auch nicht analysiert hatten irgendwann aber gut sind ja 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 aber aber ja endlich gut wenn er wohl alle gegner irgendwann mal in irgendeiner form verfügbar sein netz mal analysieren in diesem kampf simulatoren außer sehr viel so stadt der gleiche man direkt an wenn ich angreife da kommt du auf mich aus dem zu was passiert ob so ja du dabei da der konnte uns das wagen ich bin der der kontakt konnte feuer ja ich habe da einen kontakt ich habe da ein konter gekontert muss ich auch da ein erstes daraus geht es okay wir haben engel mit claus ich weiß nicht genau wie man den hier noch mal wenn ich glaube ich mal den hier noch mal schlecht jetzt okay schön cool 59 pause feuerabend also ich habe die potosubstanz hier ich muss nicht noch mehr sachen kosmofeldforschung so ist egal ihr seid wirklich gewissenhaft beim sammeln von kampfdaten ok hat noch irgendjemand hier waffen sachen gelevelt zeigt mir jetzt wer mir fehlt hier noch irgendwo eins ich glaube jetzt habe ich alles hier überall über alles war die ja jetzt habe ich jeden gegner analysiert ausgezeichnet hat wird irgendwann auch verzeichnet glaube ich beim original oder im ersten teil nämlich so wenn er da hat sie irgendwie so was mich ja auch irgendwie dort also nicht ich glaube nicht noch nicht aber so nach dem durchspielen also hast du mir unsere gesamte liste gehabt so habe ich einen charakter gegen gegner du ja noch nicht ich habe aber korn der ring die verteilung stellen und sich somit perfekt für gegen angriff beschleucht das aufländer leben das war erfolgreich blocken zählt beim blocken auch dieser konnte angriff wenn ich na gut aber das war es für heute gut wir haben dann alles erledigt bis auf die proto substanz und einige quest einige kämpfe naja jetzt auch nichts mehr ja wir haben alle kartenspieler wir müssen noch diesen einen typen im ding sie erledigen anders aber ansonsten noch mal ist erledigt im moment na gut da ist nächstes mal geht's ab in die proto substanz quest da habe ich mal irgendwann geht's auch in der anderen proto substanz quest hier weiter ne ich werde versuchen habe ich jemand mit dem mit dem flugzeug von sitten irgendwo durch die gegend fliegen kann hat er sich eigentlich vorgestellt ja ne wer hat sich jetzt schon vorgestellt ne ich glaube ja und ja nächstes mal guck mal mal was wenn er so erledigen können sie so die letzten paar sachen und ja dann sage ich das war es heute in der nächsten folge jetzt weiter wir haben natürlich natürlich geht es in der nächsten folge weiter ne ja dann danke schon für zuschauer hinterlassen liken abo kommentar all das coole zeug näher um den kanal weiter zu helfen und dann sehe ich euch in der nächsten folge nachschau